Was? Da sitzt ja nur ein Zuschauer. Warum sagt mir das denn keiner? Das hab ich doch gesagt. Du weißt ja, ob das jemand in der Maske... Ja, aber das ist doch kein Grund. Ihr könnt mir doch trotzdem... Wir spielen für ein Zuschauer. Ein Rundauge. 20 Jahre Ausbildung, 12 Monate Probenzeit, 4 Stunden Maskenzeit, dann 5 Minuten Performance. Ich weigere mich, für nur 5 Minuten auf die Bühne zu gehen. Und da wo mein ganzes Orchester saß, da steht jetzt ein Mann und dreht an Knöpfen? Na, danke! Wie geht es uns heute? Ich bin Kanadier. Ich bin Chinese. Ich bin Traumatisiert. Ich bin Psychoanalytiker. Ich bin 20 Minuten und die Leute in der Maske. Und dann warst Du den guten Faden. Und dann müssen die Damen drüben, dann kann man sich anknüpfen. Vielen Dank.